Zerstöre Objekte mit Ironmans Kampfequipment oder War Machines Arsenal. Also ihr könnt direkt bei Ironman landen, dort könnt ihr direkt sein Kampfequipment kaufen. Oder ihr geht ganz einfach zu den Stark Industries, drohend bei den Waffenlagern. Sobald ihr Ironmans Kampfequipment oder War Machines Arsenal habt, müsst ihr insgesamt 25 Objekte zerstören, dann habt ihr die Aufgabe erledigt.